Peter Pan, ich bin Michael. Und ich bin Herr Klaus. Guten Abend. Guten Abend. Guck mal, eine Libelle. Eine Fee ist das. Donnerwetter. Was macht die Fee denn da? Klappe. Was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, du wärst zu hässlich. Oh. Naja, ich finde sie trotzdem hübsch. Nun komm aber, Wendy. Alle hopp. Wo gehen wir hin? Nach Nimmerland. Nimmerland? Peter zeigt es uns. Und? Ja, natürlich. Ohne meine Brüder kann ich doch nicht gehen. Ach, endlich werde ich meine Klinge mit Freibäutern kreusen. Ich werde die Karten abboxen. Hi. Also gut. Aber ihr müsst behorchen. Zum Befehlkästen. Alles nach Wunsch. Aber Peter, wie kommen wir denn nach Nimmerland? Wir fliegen durch die Luft. Fliegen? Kinder leicht. Alles, was ihr dabei zu tun habt, ist... Ist, äh... Ähm... Ja, mal nachdenken. Peter, was ist denn? Kannst du es uns nicht erklären? Klar kann ich das. Warum ist mir das eigentlich nicht schon früher eingefallen? Ja.